ein shop in der nähe ein shop im nächsten nicht feuerwache gehen wir mal die straße hier oben durch hab ich hier habe ich schon wieder Komm zurück, komm zurück, komm zurück, komm zurück, genau Ich hab keine Platte, nix mehr Hinter dir, hinter dir Halte die Augen auf Da war auch nix hier, ey Keine Platte Ich lass auch nix fallen, ich geh jetzt erstmal in das Haus hier Gib mir doch ne Platte, Leute So, ich schau erstmal, ob ich hier vorne ein paar Platten Einer Also Gegner Hast du den Ratter angemacht? Ja Ich geh hoch, Dach Ja Einfach zwei Plattenweste Okay, ich würd ja gern rüber zu der Feuerwache Shop hinten rein Ja Ich geh hier rüber, da kann man sich hoch sein Ich geh rüber zum Shop Ich komm grad hinter dir her Ja Bin am Shop Neppi Ja Vizier Lauf Ziehen Ziehen Mündung hab ich Visier Hab ich Magazin Hab ich Hier drin ist auch Munition, kannst du aufladen Komm grad zu hier runter Ja Haube Platten Ja, kein Geld Operator Haube Platten Ultra 1 Auf der Taktikkarte sind Aufträge, für die es Geld gibt Warum hab ich zu viel Geld aus gegeben und hab nix an meine Waffe dran Noch einer Feindlichen Info Okay, ähm, Lichty, wir müssen zu einem Auftrag Was sind das die Aufträge mit den Chipkarten Gibt's keinen grad, seh ich keinen Hä, warum ist denn hier kein Auftrag Müssten sowieso, ähm, ähm, Leideplatten drauf sein Gibt's keinen hier Hä Sonst tummeln sie sich hier unten rum wie die Blöden Ja Operator Trupp Ach, hast du ne Radarweste oder was? Ja Ähm, ja was machen wir Oben sind Radars an, wir gehen entweder auf den Exfil Weil ich seh grad keine Aufträge Keine Aufträge da Oh, Versteck überfallen Okay, der Jeep hinter uns ist besetzt Könnte ein Operator sein Feindlicher JLTV hier Mh Wird geschossen Hm Die halten hier an Die haben sie nicht Bleib wo du bist, bleib wo du bist Okay, die fallen da drüben Was ist das da drüben? Ach, das war, äh, Zoo, ne? Ja, da ist auch immer viel Halligalli Okay, lass uns mal da rüber zu dem Ding gehen Dann fahren wir rüber Ja, ne hier direkt bei uns ist hier so ein Schwimmpanzer Achso Holen wir uns Fahren wir runter zu der Vorratskiste Markier die Mappe da Markier die Mappe da Wo kommen wir denn raus hier? Ah doch, hier Hier Gehst du mal ran? Unter 1, die feindliche Bedrohung bei eurer Position ist moderat Einmal Dokumente Zwei, äh, Maschinenpistolen sind noch drin Okay Und Schlüssel So, willst du Exfil? Ich guck gerade mal Siehst keinen von den Aufträgen? Nee Keine da? Doch Ne, dauert nicht wann anstellen Ja Geiselauftrag Ach komm, wir machen hier so Geheimdatenauftrag hier Oh, oh, oh Feindlicher Operator Feindlicher Operator Es scheint dich viele Feinde in dir zu geben Nimm den mal an Such Okay, einmal zurück Hier Gebiet ist auf der Taktikkarte markiert Gleich markiert Achtung, Ultra 1 Der feindliche Kampfhubschrauber ist unterwegs zu euch Der feindliche Kampfhubschrauber ist unterwegs zu euch Welcher Funkturm? Äh, der ist Ah, unten beim Stadion Ah, unten beim Stadion Alles klar Ich muss springen von hier oben Gehe hier die Rutsche hoch Rückkehrt vor Kommt durchs Wasser Ich bin oben Gibt hier von oben Deckung Hier, hier Unterwegs Komm, wir riskieren es jetzt mal Wir machen einfach so lange Aufträge, bis wir tot sind Hey, tot nicht, aber du weißt schon Sind jetzt die Aufträge? Kein Auftrag mehr da Solange der läuft erscheint nicht Wie lange läuft der? Update läuft, ich muss ja bei dem Scheißding bleiben Aha So weit geht es wahrscheinlich noch schneller Werden beschossen von einem Sniper, glaube ich Gut gemacht Okay, nächster Auftrag Ähm Und dann sichern Wie haben wir einen Plünderungsauftrag? Eine Plünderung meine ich, ja Lauf, bevor du runter gehst Ich darf es noch Ich bin ein Arschloch, ich mach jetzt den Radar an Ja, mach das Halt jetzt mal den Plünderungsauftrag. Müssen wir hin? Nach hinten. Lauf zu, lauf zu. Wo wirst du denn? Hinter dir irgendwo. Mach gleich die erste Kiste, geh ran. Feindliche verbesserte Drohne eingesetzt. Ultra 1, Vorratskiste gesichert. Weiter zum nächsten Ziel. Ist du die nächste schon? Ach, die ist da drüben. Ich habe richtig schönen Schuss. Und hinter uns, hinter uns. Ja, deswegen bin ich gerade schon in die Treppe rein. Ja, ich bin weiter unterwegs. Sieht zu, dass du unten rauskommst, irgendwie, ja. In der anderen Kiste. Mittlerer Rucksack. Der sitzt auf der Mühle. Vorsicht, ja. Ist auf der Mühle hier. Ähm. Bin gerade da. Ich gehe wieder hoch aufs Dach. Kommen wir hinten raus. Ultra 1, alle Vorratskisten gesichert. Sehr schön. Da drüben ist ein LTV, da kommen wir hin. Ja, ich gebe mir Mühe, um zu kommen, lebend. ARZ war bei mir. Gut. Ultra 1, ihr habt gerade ein Auto-Z ausgeschaltet. Geht nah ran zum Identifizieren und sichert euch die Ausnahme. Ich sehe einen feindlichen... Ultra 1, da kommt feindliche Verstärkung. ID bestätigt, das ist der feindliche Informant. Zahlung ist genehmigt. Ja, ich kill noch und jetzt bin ich drin. Ah, die Musik wieder an. Fahr raus. Oh, schön. Mal hier rüber. Oh ja, da kam der Laser gerade. Bis zu dem Waffen-Atom-Ding. Ich nehme den Atom-Auftrag an. Ich gebe nur Deckung jetzt, er ist gerade. Okay. Äh, geradezu. Weiterfahren. Hier hoch. Rückwärtsdruck. Rückwärtsdruck. Es muss gesichert und geborgen werden. Ich markiere die Taktikkarte. Wenn du eine Tankstelle hast... Ne, ist keine hier. Dann fahr' erstmal bis dahin. Ich steig' aus. So, das ist mal geil gezählen. Du auch. Ja. Alter, du musst die Musik ausmachen, Lichtig. Das ist ja Wahnsinn. Ich steig' jetzt den Geigezähler. Willst du mal den Flotten nachstecken, Junge? Oh, ich meine, ich will hier hätt. Ob ich... Achtung, es kommt Feind, Feind, Feind. Ich hab' den Geigezähler nicht. Ich hab' den Weg geschmückt. Ja, noch einen. Oh. Hast du den Geigezähler? Ich hab' einen, ja. Gut, dann fahr' ich. Brauch' nicht zu fahren, die sind hier. Okay. ULTRA1, ACHTUNG, dein Geigerzähler registriert Strahlung. Du musst in Reichweite des Zielobjekts annehmen. Okay. Hab' ich die Erste. Okay. Wo ist der Zweite? Ich befürchte, oben. So, hier oben. Rücke vor. Ja. Okay, ich kümmere mich hier um die KI grad. Ich hab' ihn. Okay, alles klar. Da oben ist meistens auch noch ein Tresort drin, aber... Ja, ich weiß. Wir haben nicht mehr lange Zeit, Lichte. Naja. Wie viel haben wir jetzt? Ja, nicht genug auf jeden Fall. Wir haben nur noch zwei Minuten, bis der Kreis anfängt. Ja, aber jetzt müssen wir leider raus. Okay, ich hau' den Mann nochmal Platten her. Platten. Okay, muss... Der Geigerzähler brauch' ich nicht mehr. Muss ein Exfil oben, Bahnhof. Markiere Heli-Lande-Zone. Oh, der da oben. Und rein. Es scheint nicht viele Feinde in der Nähe zu geben. Und raus. Wir brauchen noch zwei Kilometer. Kontrollier deine Ziele. Markiere feindlichen Kämpfer. Granate! Okay, sieht gut aus bis hierher. Und rein, und rein, und rein. Oh, da haben wir gut gemacht, richtig. Braver, richtig. Ich hab noch vier Anträgen mitgenommen. Nein. Du bist ja clever. Die Schüge noch ein. Guck mal hin, bis auf die letzte Sekunde waren wir drin. Haben wir gut abgerissen hier, drei Aufträge, Junge. Ja, ja. Extra ihre vier Waffen, zwei Waffen. Was war ich? Alle, ja, ich hab's, glaub ich, auch. Machst du, ja. Ja, das sind die. Ich hab hier einen Auftrag. Ja. Die hab ich besser nicht eingesehen. Genau. Also. Das ist, glaub ich, auch der einzigste. Hochauto und rüberfahren. Kost. Mach dir den, mach dir den. Kost ist was Mosenes. 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 Was dahin. Von links runter. UL4-1, wahrscheinlich viele Feinde in der Nähe zu geben. UL4-1, Achtung, die Gefahrenstufe im Einsatzgebiet ist hoch. Auf mein Zeichen. Au. Da ist der Punkt vor dem einen. Alles. Jetzt rennen wir. Nimm den an. Erstmal ins Haus. Wo ist der denn? Achso. Telefone hacken, um Einzahlungen umzuleiten. Okay, Telefone hacken. Da unten ist das erste. Okay. Ähm. Warte mal kurz. Nein, falsch. Ja, aber. Ja, ich lass. Ich geb die Zeit. Ich seh mir das mal an. Oh. Geh zum Telefon. Hack es. Gut. Eins haben wir. Wo ist es? Wo ist es? Wir können uns eins aussuchen. Wir müssen drei Stück hacken. Das wäre jetzt das nächste wäre hier oben bei der Festung. Das wäre am nächsten. Oh, hier hinten ist noch einer. Ne, dorthin. Wo hinten? Der bei der Festung? Ne, da, 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 da. Verstetigt, Eliminierungsauftrag. Ups. Richtig? Ich glaub, ich hab Ausweisungen gerade nur für den Helioporter aktiviert. Okay, 41, 35, paar Meter. Okay, hab's. Hacke. Gehackt. Nächstes. Da oben den Plünderungsauftrag. Oh, genau Gegner vor uns. Ja. Ich mach kein Blödsinn. Komm mit. Oben drin, im Zimmer oben drin. Gab's. Okay, gehackt. Sehr schön. Haben wir noch eins? Ja, ist aber im Radar, ne? Geh mal nicht rein. Ne, der ist jetzt da im Radar, ja. Ja, wollen wir da oben Blünderung machen? Dann oben raus. Können wir. Gut. Steck dir mal Platten nach, Alter. Ich glaub, ich hab keine mehr. Oh, Leute, kein. Ich hab auch nur noch eine, ein Sieger. Sind wir jetzt am Market? Ja, wir schwimmen. Ja, ja, ja. Ich will nix hören. Ich nehm an. Äh, wahrscheinlich... Oh, da unten. Das Museum. Okay, ja. Geh mal in den Fluss und schwimmen. Auf der Munition. Ich muss Munition erst mal. Oh, wir haben das erste Geld gekriegt. Warum? Ich bin im Depot. Schon einer aufgemacht, oder was? Ja, dann scheint einer... Nein, wegen... Hat einer anscheinend Auftrag gemacht. Und sie haben das Geld gekriegt. Noch einer. Ach so. Das ist ja geil. Weil die die Leute den Auftrag annehmen, kriegen wir das Geld. Die, die wir gehackt haben. Ja, anscheinend. Das ist ja geil. Schön. Immer weitermachen, Leute. Das zeigte nämlich gerade 16 an. Okay, bleib du unten. Ich bin oben. Ich wollte die Trugentür noch anmachen. Ja, gut. Kannst du machen. Ultra 1, Vorratskiste gesichert. Bleib zu dem letzten Ziel. Hinten beim Exhibit. Hinten beim Exhibit. Wir können hier abspringen, glaube ich. Wo ist der? Ach, da, ja. Von der rechten Seite, glaube ich. Können wir da hin. Geht durch irgendwie. Nee, das ist fest so. Ich will doch nur abspringen. Ich kann hier nicht abspringen. Ich springe vorne ab. Doch, hier. Ja. Ich spring hier hinten ab. Ich spring hier ab. Achtung, da oben ist immer gern ein Feind auf der... Feind, ich weiß. Ich krieg grad keinen. Dann Self-Revive brauche ich selber. Gut. Zur nächsten Hütter. Ihr müsst... Warte mal, hier müsst ihr doch... Müssen doch einen. Ja, 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 drei... Nee, 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 hier. Außen Richtung Südwesten. Aber hast du ja immer noch keine Platten? Äh, nee. Mach du den auf hier. Ich hab zwei aufgemacht. Mach du meine auf. Ich hab keine Platten. Ich brauch Munition. Ich hab Munition, ja. Mittlerer Rucksack. Wie du willst, wie du willst. Äh, mittlere Zucker habe ich ja selber. Wir gehen wieder hoch, Licht hier, und springen rüber Richtung, ähm... Unterwegs. Bahnhof. Alter, was wird das? Geht bei uns auf einmal mehr. So schön. Dann gehen wir oben, äh, Exfil raus. Gehen aber durch den Bahnhof, also innen bei den Schienen. Oh, das sind Platten, die brauch ich. Ja. Ich bin über dir. Ja, ja, ja. Hau dir mal die Platten jetzt rein. Ja, mach ich grad. Lass es euch. Hier drin musst du über die... Oh, Handcreme. Hör mal. Oh, da redet mehr Geld. Hier liegt überall Geld. Hier liegt... Hier liegt irgendwo der blöde Sel... Äh, Zünder. Hau dir um. Mach ich. Aber jetzt sind noch viele verzweifelt an diesem Scheiß-Zünder. Ultra-1, wir registrieren erhöhte Aktivität im Gebiet. Aufpassen. Erhöhte Aktivität. Hol'n Heli. Mach du weiter, mach du weiter, mach du. Ich bin jetzt drin. Ich bin jetzt drin. Willi kommt. Okay. Das war's. Letzte Feld... Ultra-1, wir sehen die Landeszone. Freihalten. Komm, Lichti. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ich renne oben her, übers Dach. Oh, der war gut. Gut. Und rein und weg. Sehr schön. Alter, was haben wir jetzt Kohle dabei gemacht. Ja, und nebenher. Ja. Auch durch die... Dass wir die Tiger gehackt haben. Müssen wir ja noch zweimal machen, glaub ich. Oder? Ultra-1, noch wenig feindliche Verdumme in dem Gebiet. Aktiv... Ah, drei Aufträge müssen wir hacken. Ah, weil wir alle drei gemacht haben. Sehr schön. Ja. Und wieder eins dazu. Aber gerade was soll, wir können ja mal auf Zünderjagd gehen. Sehr schön. Sehr schön. Nein. So... Gut.